Internationale Stars hier in Darwin, Australien. Drei Tage bevor ich nach Asien fliege, bin ich hier an einer Bierdosen-Regatta. Viele Leute haben sich aus Bierdosen Schiffe gebaut. Na ja, ihr seht Bilder. Und hier gibt es internationale Gäste. Das hier ist eine Rockband aus Japan. Und wie man sieht, sehr famous. Und das Kamerateam begleitet die schon seit einer Woche und filmt jeden... Nichts so interessanten... Na ja, das ist der Boot. Die haben das gewonnen, ein Boot zu fahren. Und das ist deren Bierboot. Gebaut aus Bierboot-Bierdosen. Töne Rus. Nö, das ist gut. Nö, ähnliches gut. Nö. Nö, das ist gut. Also, die weltweit Korsen-Gerich sind die Töne. Ja, das ist gut. Töne Was, im Krieg und bei US. Es geht weiter, natürlich. Jetzt wird das Wasser faischi. Es gibt es dieses Korschen-Gerich. Echt ins Zucht.